Ich nicht. Kate, dein Part ist fertig. Wow, warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich hatte so viel zu diesem Thunock vorbereitet. Ich hatte Tabellen und Bilder. Weißt du was? Da bin ich einmal gut vorbereitet. Ach, vergiss es. Vergiss es einfach. Kriegst du Leben dazu, Kevin? Ah doch, ich krieg's dazu. Ah, das war das Level von damals, wo wir schon so glorreich versagt haben. Ja, aber wenn keine Zeit läuft, ist es nicht schlimm. Guck doch. Unten läuft nur irgendwie was nach oben. Und ich krieg irgendwie Punkte, aber... Und ich krieg's dazu. Und ich krieg's dazu. Versuch mal, nach hinten durchzukommen. So, natürlich nicht. Und ich krieg's dazu. Ja. Schlecht jetzt. Ja, aber ich glaub, da kommen wir schon durch, oder? Ich ändere vielleicht mal noch meine Waffe doch wieder um. Ach, es geht sogar von hier weiter. Ja, nice. Dann probier ich gleich durchzukommen. So. So. Hm. Ich bin ja eher so der Jump'n'Run-Typ, ne? Ja, geil. Geschafft! Und wir sind an einem Stück. Jep, manchmal ist es ein echter Erfolg, mal nicht in die Luft zu fliegen. Beeindruckende Ziele habt ihr. Hm. Ja, ich hab' den großen Down. Greifst du ihn down? Ja. Kevin. Ja, also den, der wo hinter uns war, bin ich nur drüber gesprungen. Achso, ja, den müssen wir nicht. Wir müssen da vorne den killen. Ja, ja. Ich hab' hier zwar ein gutes Versteck gefunden, aber jetzt hab' ich rausgekommen, da hab' ich... ...beschossen. Okay, guck mal, wo ich bin, hier drunter. So, wenn da einmal wieder rein in der Ranch, kann dir nichts passieren. Hier ist wieder ein goldener Down. Ja, ich mach' hier die ganze Zeit die Dinge halt dann. Ich mach' auch, weil's ich verstecke. ... ... ... ... ... oh shit jetzt ist er down da ist hier einfach durchrennen, ich glaube hier müssen wir nichts klären ja lustige geschichte über die und ihre komischen schiffsnamen, ich glaube es war die ja genau die, Thunok hat sie übernommen, nachdem du Tumos in Rente geschenkt hast, er ist da drin da echt noch abgeschossen in den letzten Metern und wieder geht's ins Schiff, wir kommen Thunok er hat einiges zu verantworten, seid gründlich ich fand den Laden hier besser als noch kein Kabalpanzer hier war warum haben die denn einen Panzer im Schiff? weil Thunok Schiss hat, nicht nachlassen, Einsatztrupp noch ein Panzer, da war noch ein Panzer im Aufzug Problem ist, ich kann mich hier nicht verstecken Kevin ja, nach 10 Sekunden Marvin 10, alles klar oh, lebst du wieder? oh, da ist ja nochmal ein Panzer und gleich bin ich dort nein, 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 ich bin auch gerade tot ah, da sind doch ein bisschen viele, wie wir das am dümmsten machen ja, den ersten Panzer vielleicht halt erstes wegräumen, bevor wir mal den zweiten holen, oder? hm da ist ein Panzer ok, also es gibt auch schwierige Kinderspiele so ein bisschen arg viele hier um ehrlich zu sein oh shit weil ich keine Dings mehr keine Raketenwerfer, oder? für den Panzer für den Panzer Problem ist halt, wir müssen den Panzer halt echt nicht machen, wir müssen nur den zweiten machen ich versuche mit Ulti rein die dass die 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 sind die Zum Drittel haben wir den schon unten Holy Shit So Uh Darf man auch hinten rum oder? Ach Gott Den Aufzug? Nein den Panzer Jetzt kümmern wir uns um den Aufzug Die Teile von den Goldenen ist weg Bitte? Von den Goldenen ist weg Oh da rennt ich hab halt kaum noch Muni Irgendwie bisschen doof Oh Oh Wo wirst du gefallen? Eine Rampe Komme ich da hin? Nö Ok dann bleibe ich glaube lieber hier sitzen Nach 10 Sekunden Ja hier sitze ich glaube ganz gut Ah aber der Vorteil ist wenn man stirbt dann wird die volle Muni Jo Jo Nein Wo diesmal? Diesmal lege ich besser Rechtsvernaut Auch kaum noch Mobs übrig Oh jetzt habe ich nur noch 0,5 mal Anstatt einmal Weil ich dich gerettet habe Ja wahrscheinlich irgendwie mit Punkten Dieser Panzer steht zwischen uns und Bracus Thynok Ich finde du solltest diesen Panzer in die Luft jagen Äh die Punkte laufen ab Was ist wohl passiert wenn die auf 0 fallen? Und du? Ähm ja dann haben wir wahrscheinlich verloren Hat es sich noch gar nicht aufgefallen dass die runter laufen Dann hätten wir vielleicht auch ein paar Leute mehr killen sollen Ja jetzt lassen wir einfach mal weiter ist egal 12.000 Punkte sind ja auch ein bisschen was Wir müssen halt schnell den Panzer irgendwie wegkriegen Leibst du wieder? Peter? Leibst du wieder? Das ist schwerer Muni Hm Och Gott, guck raus und genau die Rakete fliegt auf mich. Es kommt. Oh nein, können wir nicht. Huuuuh, Mama. Huuuuh, Mama. Aber ich habe null mal, das ist ein bisschen, wie leißt du? Null. Ja. Aber man kann es aber zur Zeit schaffen, so ein bisschen. Ja, also ich weiß ja nicht, weil wenn die Punkte auf null gehen, ob wir dann ein Problem haben. Aber ich denke, dann ist es wahrscheinlich verloren. Oh, wir haben die Tür noch gefunden. Lass ihn nicht entkommen. Nein. Ich lieg genau im Heilrift. Ach, da oben liegst du. Ja, ja. Aber in 5 Sekunden bin ich jetzt auch wieder da. Ich weiß nicht, wenn ich hole eine Creme in voller Mund. Ja. 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 Wo bist du schon? Bist du schon durchgelaufen? Ne. Oh, von wo? Oh, von wo? Oh, voll reingelaufen. Oh, wir haben halt nur noch 8000 Punkte. Okay, ich glaube wir schaffen das nicht. Oh, oh ja. Nein! Ich bin unten. Ja, verbündeten Beitritt. Oh, ich bin unten. Ich nicht. Vorsicht hinter dir. Und überhaupt, sei einfach vorsichtig. Oh, ich bin unten drin. Oh, ich bin unten drin. Na ja, auf dem Drittel haben wir ihn schon runter. Gucken, ob wir hier jetzt Punkte dazukriegen, wenn wir killen oder nicht. Natürlich nicht. Oh, ich bin unten drin. Nee, kannst du die Seite dann deffen? Das reicht eh nicht. Ich müsste ihn jetzt... Wollen muss ich denn auf welche Seite? Oh Gott, bis ganz rüber. Ah. Schlechte Idee. Ich hab'n Flugzeug von mir geholt. Ich hab'n Flugzeug von mir geholt. Ja, da ist er total voll. Natürlich, ich hab' sie geholt. Das sind halt massig Leute. Wir müssen ihn jetzt finishen. Soll' beide Ultis drauf knallen, Kevin. Ich hab' auch noch kein Ulti. Naja Naja gut Ah wohl wir haben ja noch ein bisschen Punkte Ja aber viel zu wenig Ah das könnte schon noch hinhauen 6000 Punkte Ja das hätte ja auch nicht mehr viele leben Ich meine der hat bestimmt wieder voll Das nicht Ja 6000 guck mal wie das runter droppt Ah bei mir hat er voll Ah shit Dann ist Bitt Ja Puff Halt gerade noch viereinhalb Bedeckt Ne ich glaub da musst du am Anfang mehr Punkte sammeln Was Was ist das? Komm schon, aah man! Alter, der hat halt schon unter der Hälfte ey. Ja, komm unsere Punkte an. Jetzt kriegen wir halt gleich keine dazu, quasi. Oh, der kommt schon wieder runter. Der wird halt so weiter runtergegangen haben. Der ist halt tot. Und noch läuft, so wir null Punkte haben. Was liefst gerade weiter oder wie? Obwohl wir null Punkte hatten. Oh? Oder kam es mir nur so vor? Wir müssen halt nochmal. Da hab ich halt leider keine Kombination. Ja, auch nicht. Ich bin halt jetzt sehr weit weg von meiner Ulti. Ja, Ulti hab ich auch nicht. Ja, ich bin halt nicht. Okay. ich wende halt davon vielleicht können wir wenigstens so ein bisschen unsere ulti aufladen wenn wir dann irgendwann einen durchgang haben wo beide ihre ultis abhaben dann können wir von anfang an gleich reinhauen das heißt auch keine die starke muni durst du verstehen einfach nur kleine dinger farmen die punkte sind gleich auf 0 mal schauen ob wir dann wirklich sterben quasi oder ob es jetzt jedes mal zufall war wahrscheinlich schon ja ich lebe noch aber wahrscheinlich gilt es nachher nicht ja oder schon aber man kriegt halt ziemlich beschissenen loot jetzt habe ich halt auch halb zu verkaufen keine muni mehr zwei von drei waffen sind leer ja kenne ich ja und jetzt ah da kommen sie ja gut aber jetzt kommt er hier leute dann kriegst du immuni denke ich mir da ist die brennstoffzelle hier oh shit troppen muni oder tropp keine doch gut also ich versuche mal mit der kugel noch mit zu rennen du könntest ja da rechts schon ein bisschen klären wenn ich nicht durch sterren aber nicht wiederholt aber nicht wiederholt dann setze ich halt hier ja nein ich renne mal besser ja vielleicht muss man ja nicht gucken ob ich katz hier abartigen schaden noch zehn sekunden ich bin aber lange zehn sekunden oh ja ich habe vergessen auf eh zu drücken ja ja ich habe die ganze zeit nur mit den hunden gefightet zwölf sekunden boi noch sechs sechs fünf so da bin ich wieder soll man auf den gegner drauf fahren unsere ulti so oder sollen wir sterben und nicht nein ich würde ich würde ihn einfach versuchen runter zu kriegen also einfach nicht sterben natürlich nicht sterben ist gut gesagt knall mal noch mit dem magazin auf den drauf ich habe hier gerade ein größeres problem das nennt sich wau wau hm 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 fünf sekunden brauche ich noch ich meine kannst du eine granate oder sowas mal drauf werfen sonst auf den boss ich weiß gar nicht wo er ist und dann wieder auf seiner plattform oder da oben halt bin ich wieder da ja ich bin wieder da ja ich bin wieder da ja er so rein geht in ihn oh da ist jetzt noch so ein gewehr daneben oder was das ist ja wir könnten halt schon killen das heißt die frage ob wir das jetzt machen sollen mit null punkten oder ob wir halt sterben sollen und dann ne dann versuch den zu killen ja aber der geht eh noch mehr hoch normalerweise also ich krieg halt ja aber nicht wenn wir beide ultis haben weil das war doch das wenn du wenn der zu schnell zu viel schaden kriegt dann geht der nicht hoch achso das ist ja übersprungen stimmt ja ok dann lass mal probieren ok oh ich bin tot hm hm boah ich starb auch ja shit ja wenn du erst die kleinen dinge klären sollen ja ich glaub zurzeit ist es echt zu stressig boah ja aber das lass mal einfach hihihi aber war ein schöner versuch hihihi 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 hihihi